Wir spielen Raft. Neue Welt. Dein Weltname. Okay, was gibt's denn hier? Kreativ, unbegrenzte Vorräte und Gesundheit, sodass du dich weniger auf das Überleben und mehr auf das Bauen konzulieren kannst. Friedlich, eine etwas entspanntere Version von Raft, in der Gegner keine Gefahr darstellen. Also die Haie haben alle keine Zähne. Einfach Hunger und Durst können einfacher erhalten werden. Inventar geht nach dem Wiederbeleben nicht verloren. Durchschnittliche Schwierigkeit für den durchschnittlichen Spieler. Wie das klingt, ne? War wirklich ausgesehen? Okay, kriegst dann die Punkte wieder, gar kein Problem. Aber hart kann ich nur von Freunden wiederbelebt werden. Ich spiel doch gerade erstmal alleine. Aber wir können es gerne, falls mir dieses Spiel zusagt, Können wir gerne noch als Community spielen. Ich glaube, wisst ihr wie viele Leute können auf einem Floß rumhüpfen? Vier? Fünf? Einfach? Ach, das hätte ich schon normal gemacht. Oder ist das zu stressig? Hier. Ja, kein Freund darfst halt nicht sterben. Wie heißt die Welt? Floodys Lost Palace. Wir haben es zu viert gespielt. Ach, du hast es auch schon gespielt. Friedlich ist am entspanntesten, wenn man neu ist. Hallo, hallo, Miss Nupi. Also ihr würdet mir normal nicht empfehlen, ja? Na gut, dann mache ich Einstieg normal. Und wenn wir aber mal zusammenspielen, dann auf jeden Fall normal oder hart. Habe ich das einfach genommen? Ja, ne? Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich habe einfach jetzt genommen, oder? Dann kann ich mich ja selber wiederbeleben. Das ist am Anfang sehr viel. Man muss erstmal das mit dem Hai im Griff haben und sich bei der Herstellung zurechtfinden. Okay, na, ich habe ja jetzt einfach gemacht. Lol. Okay. Okay. Ich kann das! Ich habe was! Wie ziehe ich denn das jetzt rein? Achso, mit links. Habe ich das? Habe ich das? Okay, ich habe was. Ich habe was! Einmal bitte die Abstimmung beachten. Oh, warte. Ich muss jetzt erstmal gucken. Wie lange wird's Clouty überleben? Platsch? Fünf Minuten, eine Stunde sterben? Nie. Lol. Aber man hätte Wetten machen können. Das war jetzt nur, weil ich wieder ins Spiegel geklickt habe. Ich wollte gar nicht schießen. Oh, da ist ein Fass. Ich habe es nicht getroffen! Nein! Es ist weg! Ich habe aber ein wirklich sehr kleines Floß, ne? Okay, das mit dem Zielen, das... Da muss man erstmal... Oh, erstmal einschätzen, wie weit man schießen muss. Ah, okay. Oh, da ist ein Hai. Aber kann der mir ins Brot beißen? Linksklick. Ja, macht mal mit. Ja, aber eh alle für Platsch. Schau mal in die andere Richtung, wo die Sachen herschwimmen. Oh, der ist... Ich glaube, der hat Hunger. Nee, komm schon. Was ist das? Habe ich's? Am Etapp komme ich in mein Inventar, ja? Okay, Werkzeuge. Bauhammer. Oh Gott, der Haken geht bestimmt auch irgendwann kaputt. Okay, ihr seht... Was seht ihr denn jetzt alles nicht? Die unteren drei seht ihr nicht. Aber das wird ja alles hier oben angezeigt. Okay, gut, gut, gut. Platsch ist gut. Ja, klar, Platsch. Schau mal... Achso, das hatte ich schon... Oh, nach Platsch gab es noch mehr zur Auswahl. Upsi. Schlechtes Angler, EOS. Lass mich, Hade, Tan. Du kannst Sachen auch so aufnehmen, wenn sie genau genug sind. Aha, okay. Komm her. Hump. Ah, mit E. Äh. Ich hab's. Aber nicht ins Wasser fallen. Oh, das ist aber sehr gut. Ich kann Sachen so aufnehmen. Sehr gute Tipp. Dankeschön. Los, komm, ich will das fassen. Das war zu weit. Das war... Oh, das war nicht zu weit. Oh, da war Kartoffeln drin. Oh, Kartoffeln, Palmenblatt, Kunststoff, Kunststoff. Okay. Ich sammle erst mal ein bisschen, ja. Du blöder Hai, hau ab. Ich seh dich. Ja, okay. Jetzt üben wir noch mal. Ende Brunner ist Platz. Wie unerwartet. Und Ludi zu deiner Frage mit dem Hai und ins Boot. Finde es heraus. Oh Gott. Wenn du das schon so schreibst. Das gibt's doch gar nicht. Komm her jetzt. Zielen kann sie. Zielen kann sie. Nicht. Dach mal. Ey. Ne, das Fass ist weg. Sag mal, das sah so einfach aus bei der Tinker. Und ich so. La, 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 la. La, la, la. Hier, komm hier. Oh, komm. Nein, was? Really? Oh, die Fässer sind so böse. So, soll ich mal gucken, ob ich was basteln kann? Ich bin mir immer sehr diplomatisch. Zählen wir dann von 10 runter, wenn der Hai kommt? Ich springe am besten mal ins Wasser. Dann kannst du sehen, ob du einen lieben oder bösen Hai bekommen hast. Immer ein bisschen vor die Sachen werfen. Was? Und wie komme ich denn wieder raus aus dem Wasser? Ich habe ja versucht, das vor die Sachen zu werfen, aber das hat nicht so geklappt, wie ich das gedacht habe. Tun wir das immer bei Fassung auf die... Ja. Einfach aufs Boot springen. Aber gibt es eine extra... Also gibt es eine extra... Eine extra Taste für springen? Hö. Oh, eine Insel. Aber ich habe keinen... Keinen... Ich habe keinen Anker. Sag mal. Ich habe keinen Anker. Ja, kannst du springen? Okay. Wenn ich jetzt auf die Insel gehe und es nicht wieder zu meinem Botschaften ist, ist es weg, oder? Was kann ich denn bauen? Ich gucke mal schnell, was ich bauen kann. Äh... Behälter. Ach, der ist für trinken. Okay, den stellen wir mal her. Und wie benutze ich das? Kann mit etwas Wasser gefüllt werden. Ne, nicht fallen lassen. Wie benutze ich das? Schrott. Anbauflächen. Andere. Oh, ein Bett gibt es auch. Ja, Nägel bekomme ich wahrscheinlich nur aus diesen Fässern, ne? Kannst einfach rejuinen, dann bist du wieder im Boot. Ah. Wie benutze ich... Äh, wie benutze ich die Tasse? Also, wie fülle ich die mit Wasser? Kann... Ah, die kann ich nicht einfach ins Meer halten, ne? Die muss sich hier irgendwie so... Okay, was brauche ich noch? Kunststoff. Ich brauche Kunststoff! Da! War das Kunststoff? Reiniger. Yes. Okay. Und wo ist er jetzt? Wo bist du? Äh... Achso, der ist da unten. Also, da... Ah! Ah! Ah, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie? Hab da ein Hai in meinem Floß stehen? Oh! Der hat, äh... Der hat ja gerade was weggeknabbert. Was ist Bexit geben? Kennen den Begriff nicht? Äh, das ist, wenn du... Wenn du mir zu viel vorsagst. Aber in dem Fall hier ist es ja nicht so schlimm. Weil du... Du nimmst ja keine Story vorweg. Du brauchst einen Speer. Äh, okay, wartet. Aber wie kann ich... Wie kann ich den Reiniger aufstellen? Wenn ich ihn fallen lasse, ist er weg, oder? Da ist es soweit. Ah, der kommt ja schon wieder! Geh bloß weg! Hau ab! Mit dem Mausrad? Ah, okay. Mit dem Mausrad? Ja. Nee, jetzt hab ich's bloß hierher gelegt. Hä? Der Sushi war zu frisch. Wo ist denn die Musik jetzt hin von dem Spiel? Hallo, Musik? Wo sind sie? Hä? Hä? Äh, ich hab's kaputt gemacht! Ich versteh's nicht. Hau ab! Äh, ich versteh das nicht. Ich hab das hergestellt. Und dann? Es ist im Inventar. Das sind immer kurze Pausen zwischen der Musik. Ja, ich merk's. Ah, so! Ah, jetzt hab ich's... Okay. Ey, aber... Planke platzieren. Entfernen, entfernen. Achso. Achso, nee, das war... Ach, Claudi. Das war's falsch. Entfernen. Rücke, sanftes Tränen. Achso, nee. Will ich ja gar nicht. Ich wollte es nicht entfernen. Ich wollte den blöden... Den ganz da drauf... Okay. Naja, gut. Okay. Höh. Höh. Nicht am Rand, sonst sind der halt den Boden weg. Ja, ich hab aber sowieso nur noch drei. Ich weiß ja nicht, welche Seite der wegknabbert gleich. Also, das ist egal. Das ist wurscht. Das ist ja überall Rand, ja? Darf man denn Tipps geben? Ja, natürlich. Ihr dürft mir gerne Tipps geben. Anker, Paddel, Segel, Wimpel, Ablagen, Seil, Nagel, Nasser, Ziegel, Waffen. Geht nicht. Anbaufläche. Aber ich kann das... Das Boot kann ich noch nicht ausbauen, oder? Ich muss dafür aber erstmal dein Boot mit dem Hammer ausbauen. Ach, einen Hammer brauche ich dafür. Okay. Oh. Oh. Danke, Steinkunststoff. Oh, es wird dunkel. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Oh, geh weg, Heike. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Äh. Nein. LMB. Ist das wieder irgendwie die linke... LMB. LMB. Linke... Ach, linke Mausbedienung, oder so. Kann ich schon was trinken? Ach, ich muss das auch noch das Feuer anmachen, ne? Ich habe ja noch gar kein Feuer. Äh, okay. Tasse. Salzwasser füllen. Platz hier. Ach, das Feuer geht automatisch an. Okay. Eine rohe Kartoffel kann ich wahrscheinlich nicht essen, oder? Doch, könnte ich. Schmeckt mir das? Boah, viel gibt es aber nicht, ne? Viel gibt das nicht. So, wir gucken mal, ob wir einen Hammer bauen können. Ein Bauhammer. Ne, natürlich nicht. Wo kriege ich denn Seile her? Ich hatte noch gar kein Seil. Aber es ist nicht nett von uns, dass wir den, dass wir den, dass wir den Ozean vom Unrat befreien. Der Hai, du gehst jetzt auch mal schlafen, Freundchen, ja? Kann nicht sein, dass du den ganzen Abend um mein Boot schwimmst. Oh, da war ein Seil drin. Sehr schön. Okay, noch eins. Wir haben noch eins. Ja, noch eins. Okay. Wir haben noch eins. Wir können einen Bauhammer herstellen. Okay, super. Wir haben einen Bauhammer und wir werden ihn benutzen. Glaube ich. Hoffe ich. Für weitere... Halten. Für weitere Teile halten? Okay, wir haben was angebaut. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. Ähm, ne, 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 ne. Ist unser Inventar eigentlich irgendwann voll, ja, ne? Müssen wir dann wieder neue Sachen... Oh, was ist das? Was ist das? Oh, was ist denn jetzt hier für ein Wellengang? Oh, war da viel drin. Hang! Nein, guck da schon an! Du blöde... Ach, ich geh weg! Okay, guck. Nein, das! Das schmeckt doch überhaupt nicht! Oh, ich hab das gerade dahin gebastelt. So, mit Süßwasser füllen. Trinken. Okay. So. Boah, hier ist eine Strömung. Ah! Und der Hai so, ja. Ja. Ja, hier ist eine Strömung. Wir versuchen jetzt erstmal das Boot ein bisschen auszubauen, ja. Damit der Hai uns, äh, vielleicht nicht so viel... Also, mit der... Kann man den Hai auch töten? Du kannst jetzt erforschen, Antenne. Ja, Speer. Okay. Okay, Speer. Angelrute. Waffen. Blanke und Seil. Okay. Oh, da muss man sich ja auch noch entscheiden. Hallo? Dieser Wellengang wird schlecht. Ach so, ich hab's ge... Gefrickt. Äh. Hier. Okay, du kannst jetzt erforschen. Ein Empfänger. Ich will aber gar keinen Kontakt zu Außenbild. Ich... Ich hasse Menschen. Ich will... Ich will hier auf meinem Boot sein. Und, äh... Hoffentlich nie wieder... Jemandem irgendwas schuldig sein müssen. So. Ich bastel mal lieber noch ein bisschen. So. 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 Aber ich wollte ja auch einen Speer, ne? Und mein... Mein Haken ist fast kaputt hier. Aber es wird besser beim Angeln, oder? So. Wie basteln wir jetzt nochmal... Ah, Mist. Ich brauche nur eine Planke und Seil. Ich seh doch schon wieder den Hai da rumrennen. Oh nein, hab ich das jetzt kaputt gemacht, weil ich keinen Platz mehr im Inventar hatte. Kann das sein? Nein, ich wollte es in die Mitte stellen. Ach, nö. Wo bekomme ich hier Feuer an? Was ist fertig? Ich bitte... Hey, Miss Snoopy! Wenn du gerne Raft spielen möchtest, dann kannst du da auch selber eine Map aufmachen. Ich hab... Ich hab das kaputt gemacht. Mein Inventar war voll. Oder? Ah, nee, hier ist es noch. Oh, Gott sei Dank. Boah, ich dachte schon. Ich hab's zerstört. So. Süßigkeit einfüllen. Hä? So, hab ich jetzt gerade Salzwasser getrunken? Kann das sein? Hahaha. Ich hab die ganze Nacht durchgemacht hier. Ah, nicht. So, ey. Okay. Jetzt... Oh, ich hab... Scheiße, ich brauch immer noch Seil. Aber wieso ist denn das nicht an jetzt hier? Hä? Das hat diesmal gar nicht gebrannt? Ah, jetzt brennt's wieder. Okay. Ach, das hab ich gefunden. Deswegen... Da ist schon wieder eine Insel. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ein Grill. Da fehlt mir auch noch Seil. Anbaufläche. Fehlt mir auch Seil. Ich brauch überall Seil. Hochsee-Trad. Hochsee-Trad. Hallo, Atraxi. Ja. War auch mal so ein So-Weise-Gem-Spielen hier. Aber es ist ein bisschen witzig, dass die Musik jetzt wieder weg ist, ne? Also, vielleicht muss ich doch noch, äh, doch noch wieder die Musik anmachen. Oder wir geben uns mit dem Möwengeschrei und den Wellen zufrieden. Das Wasser war fertig und du hast dir das Süßwasser genommen und getrunken und das Feuer geht nur an, wenn du Salzwasser hinzufügst. Dann hab ich das Süßwasser genommen und wieder reingefüllt anscheinend. Wär mir auch so zu trauen. Aber die Seile bekomme ich nur aus den Fässern, ne? Die Seile schwimmen hier nicht so rum, hab ich das Gefühl. Kann mich aber irren. Äh, wo ist meine das? Mit Süßwasser füllen? Hm. Tja. Tja. Ich brauch langsam mal was Ordentliches zu... Hier. Ist das dein Ernst? Hä? Hallo? Ich hab stundenlang an dieser Planke gesessen und gearbeitet. Du, Arscher-Spimmel. Aus Palmblättern. Ah. Okay, da guck ich gleich nochmal. Oh, da ist jetzt die Musik auch wieder da. Warte. Warte. Hallo? Nein, das ist kaputt gegangen. Mist, ich wollte gerade noch die blöde Kiste daneben. Okay, Seil. Ach, guck mal. Äh, was wollte ich? Speer. Speer? Speer? Wo waren denn da jetzt? Ach, hier Waffen. Herstellen. Okay, ich habe einen Speer und ich werde ihn benutzen. Wenn die Archicure das nächste Mal kommt, ist da aber sowas von fällig. Ich kann mal Ausblättern bauen. Ihr habt das ja alle schon gespielt, hä? Das war so, achso, das hatte ich schon. Spiel mal Ark, dann weißt du, was Survival ist. Ich hab doch schon Lost Ark gespielt. So, wir wollen bestimmt auch mal was anderes bauen. Grill zum Beispiel. Ja. So, Planke platzieren. Ich hab aber nix zum Grillen. Ihr habt nix zum Grillen. Ich werde verhungern. Oh, lol. Claudi, du schießt zu weit. Wenn der Heiß nicht zum Mal kommt, gibt's Heiß zum Mittagessen. Ja, ja, moin. Ja, moin. Was da hinten kriege ich wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ne. Hallo, Stefan. Ich spreche nicht von Lost Ark, sondern von Ark, dem Dino-Spiel. Ach so. Oh ja. Ja, irgendwann. Irgendwann, wenn ich mal Geld brauche, ja? Dann mache ich, äh... Dann mache ich so einen Donogol. Und wenn das voll ist, dann spielen wir Lost Ark. So, da kommt Fässer. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Da war eine rote Rübe drin. Und Schrott. Schön. Danke platziert. Irgendwas, was ich da kann, gekocht oder für weitere Rüben angepflanzt werden. Ach so, ich habe doch noch Kartoffeln. Ob mich die Rübe satt macht? Arkt mit Blut, die Offensober dann. Hallo da oben rechts. Das ist der Louis. Fässer sind gut. Wäre nur schön, wenn da auch was zu essen drin wäre. Schön dran vorbeigeschoben. Schuss. Du hast... Scheiße. Scheiße. Das Fäss will wirklich nicht... Zu mir. Doch jetzt. Da war immer eine Kartoffel drin. So, gegartig rüber aufnehmen. Ja, moin. Essen. Oh, das war aber nötig, ne? Hallo, Mr. Fanatic. Raft macht eigentlich fast nur in einer Gruppe oder mindestens zu zweit Spaß. Na, ich wollte wenigstens... Hallo? Mir macht das auch alleine Spaß? Äh, geh weg! Ich wollte... Ich wollte mich erstmal reinfitzen, bevor ich euch das Elend antue, das mit mir zusammen zu spielen. Es hat mich ärgert ein bisschen, dass die Musik immer so ausgeht. Wenn wir nur meine Fehlversuche hier hören. Von, äh... Sachen, die einfach nicht anhaken wollen. Ja. So, aufnehmen. Und die Rübe würde ich gerne essen? Jetzt. Okay. So. Wieso ist... Das Wasser hier ist anscheinend... Ah, ne. Wir haben Süßwasser. Trinken. Salzwasser. Einfüllen. Okay. Mal schauen, wann ich die ersten Sachen basteln kann, oder... Kann sich nur noch am Standen handeln. Essen ist es nicht in den Kisten. Nee, aber in den Fässern ist es doch immer mal eine Rübe oder eine Koppdoffel. Sag mal, die ist doch nicht in den Koppdoffel. Aber wo ist die Bibel denn hier? Ja. Ich baue so viele Holzplanken an mein Schiff, dass der ganze Ozean davon bedeckt ist. Da kann der Heider mal gucken, wo er reinbeißt. Das war wirklich schlimm hier, ne. So viel Müll. Look at this Angelskill, ja. So, das muss ich erst mal hier wieder anleuern. Okay. Haben wir was zum Essen? Ja. Essen. Und ich hab auch noch Kartoffeln. Werere kann ich nicht drauf nehmen. Bitte. Trinken. E. 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 So. Okay. Schlaf wird überbewertet. Äh, zumindest nichts, was sich wirklich satt macht. Ja, wir sind ja noch ganz am Anfang. Man kann den Haken auch einholen, ein Stück, wenn kein Item dran ist. Ah. Hä? Aber wenn ich rechtsklick drücke, ist er doch gleich wieder ganz bei mir. Spiel doch mit Betun zusammen. Der scheint ja es auch gerade angefangen zu haben. Haha. Ja, das ist das Problem bei solchen Spielen. Wenn man dann anderen zuguckt, will man das, äh, das hätte. Oh doch, ich hab's gekriegt. Äh, will man das dann auch machen und besser. War da jetzt Wasser drin? Geht aber schnell. Oh, guckt mal, wie die Kartoffel aussieht. Oh ne, wirklich. Also wirklich viel satt macht sie nicht, das stimmt. Ne? 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 Geh weg. Oder ne, komm, beiß ruhig mal wieder rein. Ich hab jetzt einen Speer, das weißt du, ne? Komm her. Heute gibt's Zeit zum Mittagessen. Ne, wenn ich rechtsklick drücke, ist sie immer gleich wieder ganz bei mir. Werde ignoriert, sie ist so vertieft. Hallo, amatönchen. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, nicht. Ja, los. Ah, geht ja erst ab 18 Uhr. Und ich wollte schon immer mal Raft spielen. Here it is. So, ich kann doch bestimmt auch einen Anker. Anker, Anker, Anker. Anker. Lagen, Tisch, Uhren. Segel, Anker. Herstellen. Okay. Also, so dunkel. Vielleicht warten wir auf die nächste Insel, weil die sieht gar nicht so aus, als könnte man da irgendwo drauf. Und ich muss mir bestimmt mal ein Bett basteln. Äh, okay. Oh, was ist das? Ach, das ist der Anker. So, aber den schießen wir natürlich noch nicht rein. Sonst ist er doof. Halte mal links gedrückt, wenn du nichts am Haken hast. Okay. Muss man wahrscheinlich eh gleich einen neuen basteln. Oh, nein. Okay. Es gehen auch mehrere Bretter. Ich würde aber eigentlich diese ganz große, fette Kiste da hinten. Aber die will ich zu mir. So, links. Ah, aha. So, okay. Verstehe. Tja. Die Items im Meer sind relativ unbeeindruckt davon. Ja. Kann der mir auch in den Fuß beißen, wenn ich zu nah dran stehe? Die ist einfach zu weit weg. Nee. Och, der war doch gerade schon wieder hier. Dass man bei dem Wellengang hier nicht kentert, ne? Hallo Lifthahn. Wieder ein Stream zum Herz erwärmen. Ja. Glutens muss überleben. Ohne ihre Community. Obwohl, ich glaube, meine Community hätte mich schon dreimal ins Meer geschubst hier. So als Opfergabe für den Hai. Huh. Was war denn das? Abgebrochen. So, da war wieder eine Rübe drin. Habt ihr gesehen, wie gut es geklappt hat? Also, so nachts und bei so Wellengang fühle ich mich nicht wohl, ja? Ich glaube, der Hai kommt auch gleich wieder. Komm doch mal. Ich will dich abpiksen. Nur einmal reinpiksen. Ganz kurz. Ganz kurz. Jetzt. Tja, der hat zwar ganz gelassen, aber der ist nicht kaputt gegangen. Naja, und ganz, ganz ist es auch nicht. Sieht ein bisschen, sieht ein bisschen ramponiert aus. Hai fangen und braten, problemgelöst. Ja. Liebes, du überlegst alles bei deinem Können. Oho. Da kennst du mich aber nicht so richtig, oder? Das ist mir am liebsten, wenn das hier ganz nah am Boot vorbeischwimmt. Das finde ich super. So, guck mal, was können wir noch bauen? Ein Paddel, ein Segeln, Wimpel. Zum Essen, Anbauflächen. Da fehlen mir Steine. Die kriege ich wahrscheinlich nur auf Inseln. Angelrouten. Ah, ich könnte auch angeln. Da brauche ich wieder Seil. Seil war hier herstellen. Ich kann also auch angeln. Okay. So ein Bett wäre schön. Ich bin jetzt schon zwei Tage in Folge. Hier auf offener See. Und mein Wasser ist wieder alle. Ah ne, trinken. Also gerade eben ist nur für Überlebenssorgen hier bei mir, ne? Also, was anderes habe ich noch nicht geschafft. Oder den Zaumzeug anlegen und sich ziehen. Auch da. Eine wunderbare Idee. Da bekomme ich bestimmt einen Erfolg. Äh. So, jetzt müssen wir aber rausfinden, wie das funktioniert. Am Schluss habe ich den Hai an der Angel. Woher weiß ich? Oh, da ist gerade ein Fass. Oh, und jetzt? Oh, ich habe einen Fisch geangelt. Hallo? Wo will denn der hin? Wie? Äh. Ich werfe den immer wieder rein. Ach so, jetzt. Oder? Ach ne, das ist bloß der Köder. Schade. Oh, ich habe einen Fisch geangelt. Yay. Es ist ein Köder, Claudi. Es ist nur ein Köder. Wesentlich cleverere Idee. Merkel überlebt am besten mit Tellerrand. Ich kenne dich gut, junge Dame. Hören Sie mal. Ich habe ihr Gameplay in Coffee gesehen. Ach so, na dann. Man kennt es. Man ist auf offener See und auf einmal ist das Wasser alle. und man paddelt auch auf dem Trockenen in der Wüste. Ja. Ja. Ist so. Hier, also das mit dem Angeln. Geht das nur, wenn das, äh... Wenn das Floß steht? Also wenn ich irgendwo geankert habe? Oder wenn ich irgendwo auf einer Insel bin? Ha. Ach so, ne. Ich habe wirklich was geangelt. Rohe Seetrasse. Wenn der Hunger zu sehr kickt, wird dann der Schwimmer gegessen. Oh, warte mal. Das hat nicht ganz geklappt. Ich habe doch was geangelt. Sorry. Sieht aus, als hätte ich einen Wal im Inventar. Auf dem letzten Platz. Nein, dann kannst du immer angeln. Okay. Ja, ich sehe es auch gerade. Hallo, G8. Und die Dämlichen? Okay, angeln ist ja voll easy. Gleich beißt ein Orca an. Ja, ich vermute, der Hai kommt gleich wieder. Aber ich muss nicht zwischen... Siehst du, darf ich doch. Ich muss nicht zwischen... Wehe. Kann ich den auch attackieren, wenn ich hier... Wenn der an mir vorbeischwind? Aber er hat bestimmt ganz tolle Sachen jetzt verpasst beim Angeln. So, was haben wir denn hier noch? Die Gegate rüber aufnehmen. So, jetzt wollen wir mal hier ein bisschen... Das passt hier nicht hin, der ist zu groß. Ich kann den so essen. Iiiiih, ich esse doch keinen rohen Fisch. So, ich esse doch ein Sushi. Ja, aber ich esse ja immer nur vegetarisches Sushi oder mit Grillhähnchen. Weiß doch jeder. Ich habe eine Kartoffel in der Hand. Look at me, ich habe eine Kartoffel in der Hand. So, ich habe nochmal einen Stein bekommen. Was wollte ich mit dem Stein? Nein, Mist, das war falsch. Irgendwas wollte ich doch den Stein haben. Ich habe schon wieder vergessen. Wofür? Mir geht's super. Ich spiele endlich mal Lost Ark. Da habe ich schon so lange Bock drauf gehabt. Und habe es nie gemacht, weil ich immer dachte, ah, 20 Euro, dafür, dass du es vielleicht bloß einmal spielst. Guck mal, das kommt direkt auf mich zu. Juhu, a la Kiste. Ja. Und heute, heute habe ich es mir aber gegönnt. Und ich bin noch gar nicht gestorben. Alle dachten, ich mache voll Platz, Platz, Platz hier. Aber nein. Nee, die will ich nicht essen. Äh, die möchte ich gerne essen. Oh Gott, das ist echt was für einen hohlen Zahn, ne? Lost Ark ist das aber nicht. Nee. Das geht ja erst ab 18 Uhr wieder. Warteschlangen streamen dann gleich? Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja sagen, ob Warteschlangen ist oder nicht. Ah, Mist. Ah. Der riecht doch meine gegrillte Kartoffel hier. So, was sollte ich mir denn jetzt als nächstes bauen? Weiter das Floß erstmal ausbauen, damit ich hier Fläche habe. Aber ich kriege den gar nicht tot. Und kann ich das hier reparieren? Ja, okay. Glaube ich. 15% Gesundheit. Ach, guck mal. Ach, ich kann auch sowas machen. Ah, oh. Ah. Ah, hier, reparieren. Ja. Äh. Ah. Ah. Habe ich ganz alleine rausbekommen? Habe ich ganz alleine rausbekommen? Ja. Ja. Ich habe vorhin mal auch probiert, fand es ein bisschen doof, dass man direkt so viele Zauber hat, ohne Einführung und so, ja. Also, ich hatte ja, wie gesagt, ja, zum hundertsten Mal, erzähle ich das wahrscheinlich jetzt schon. Aber ich habe ja die Closed Beta gespielt gehabt. Und, äh, und, äh, das war, ist halt irgendwie so Brain-AfK alle möglichen, äh, Fähigkeiten drücken, ohne Sinn und Verstand. So, diese Insel nehmen wir aber mit, oder? Die gucken wir uns an. Der Hai kommt ja jetzt erstmal nicht. Der hat ja, oh nein, das ist schon wieder kaputt gegangen. Äh. Äh. Wie lange hält dieser Anker? Wisst ihr das? Aufnehmen. Und? So. Oh mein Gott. Aber wenn jetzt hier was ist, was mich hauen kann. Oh, ich habe einen Speer. Das ist ja gar nichts Tolles. Blumen. Rote Blume. Muss ich mir da mal anschauen, was das ist. Insel! Ja. Ei, Insel. Blaue Blume, rote Blume. Das ist bestimmt nur für Farbe, oder so. Hier war jetzt aber nichts Tolles. Oder? Oder ich habe Ananesser eingesammelt. Ich vertraue dem Anker hier irgendwie nicht so richtig. Oder bleibt der jetzt so lange, bis ich sage, das war's jetzt? Sie hat Amerika entdeckt. Hahaha. Auch noch nicht sicher. Ich glaube, ich sage erst mal eine Zeit lang das gute alte Diablo 2. Das Akt bekam im Schluss auf Diablo. Geht bestimmt einiges so, kann ich mir vorstellen. Bis du den wieder abnimmst. Okay. Hast recht, nur für Farbe. Okay. Das ist ja, das ist ja ein bisschen enttäuschend. Gibt's da kein McDonald's? Ja, furchtbar, oder? Sauerstoff. Okay, ich gucke mal, ob ich hier noch was finde. Ah! Oh, was war das? Aua! Oh, was war das? Au, was war das? Was war das? Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Bäume und Unterwasser vielleicht auch mal gucken. Aber Obacht der Hai, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der in so flaches Gewässer kommt hier. War das der Hai? Hat der mir gerade ins Gesicht geschnappt? Die Arschikuh? Guck mal, was da liegt. Da liegt so viel schönes Zeug rum. Ach, muss ich das angeln? Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Da war gerade ein Hakenzeichen, aber ich konnte es nicht nehmen. Was ist das? Was brauche ich dafür? Und man könnte ja mal seine Welt speichern. Welt gespeichert. Aber das verstehe ich nicht. Hier ist so ein Ha... Aua! Oh, du blöder Kackhai! Au! Das gibt es ja gar nicht. So ein Arsch. Gedrückt halten. Eine Axt. Also, wenn ich das da unten jetzt haben will, halte ich den Haken gedrückt, ja? Ich versuche es noch mal. Ach so. Ah, okay. Okay, danke. Aua! Aber... Der hat schon... Der hat mir schon zwei Zähnen abgebissen. Ich sehe den überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Arsch? Dann bekommst du Kokosnüsse und Zeugs. Wo bekomme ich Kokosnüsse und Zeugs? Ich bleib jetzt hier. Hier ist schön. Oh. Was ist denn das? Hä? Ich glaube, mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Wer hätte das gedacht? Wo ist die Kata... Oh, Katako. Tja. Kann ich die Ananas grillen? Nee, die kann ich essen. Eigentlich gibt es sogar Wasser. Das ist so ein bisschen Essen hier. Ah, die Kleinen, die Kleinen kann ich grillen. Süß. Da ist er schon wieder. Hau ab! Du bist voll... Sag das doch nicht so. Aua! Ich denke, ich höre doch was. Ich höre doch was. Okay, jetzt ist er aber erst mal weg, oder? Kann ich jetzt mal... Kann ich jetzt mal da reinhüpfen? Der ist jetzt weg. Ich habe den jetzt verkrault. Hoffe ich. Riesenmuschel. Aua! Oder auch nicht. Der macht mich alle. Hallo, du Fuhr. Wenn der Hai auf dich zukommt, kannst du mir den Speer zustechen. Also wenn der mich jetzt nochmal haut, steche ich den ab, ja? Ich versuche es zumindest. Hier unten sind auch Steine. Ah ne, das ist wieder... Wo denn? Ach da. Ich habe... Aha. Ich kann das nicht. Ich kann nicht... Ich kann nicht gegen den kämpfen. Der ist so... Ein doofer Arsch ist das. Das ist einfach ein doofer Arsch. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mal kurz hier so ein bisschen ein Ruhigen machen kann. Aber echt krass, dass der Hai so anhängig ist. Ja, moin. Hallo, Estela. So früh schon, ja. So früh schon voll. Wenn du mit einer Axt die Palmen bearbeitest... Ah, okay. Ich habe noch keine Axt. Ich gucke. Hier, Axt herstellen. Hier, guck mal. Ah, wie komme ich da rüber? Achso, hier ist einer. Wird man den Hai nie los? Anscheinend nicht. Also man kann es ja auch auf leicht spielen, ja. Dann lässt der Hai einen in Ruhe. Aber ich dachte, ich spiele auf leicht. Ne, warte mal. Was war denn das andere? Da war doch noch was, was ich hätte nehmen können, wo es keine bösen Tiere gibt. Oh Gott, jetzt bin ich hier wieder rein. Nein. Nein. Vorher, mitten ins Maul. Ja, dafür müsste ich ja aber erst mal mitbekommen, dass der auf mich so geschwommen kommt. Ich kriege ja immer erst mit, wenn der mir in die Haxen beißt. Irgendwann baue ich mir hier was drauf, ja. Ne, jetzt noch nicht. Jetzt ist es dunkel. Was kann ich denn noch basteln? So. Teppich. Ja, Teppich ist super wichtig. Reduziert Splitter in den Füßen. Versuch ihn mal zu töten. Ja, aber wie denn? Oder war das jetzt? Geht gar nicht, ne? Ach, friedlich war es genau. Stimmt. Cludi, 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 sag mal, was ist dein Lieblingssong? Oh Gott, ich habe gar keinen Lieblingssong. Lieblingssong. Was kann ich denn eigentlich mit der Muschel hier machen? Die ist bestimmt bloß Deko, hä? Und ich habe Samen. Ich habe Samen gefunden. Äh. Oh, ein Lagerraum. Lagerraum erst mal. Weg damit. Weg mit dem Lagerraum. Rote Blume. Inventar benötigt, um Gegenstände zu lagern. Ja, genau. Aber wir müssen aufpassen. Schau mal, ich kann das doch bestimmt auch, also glaube ich, egal wie ich das drehe, oder? Öffnen. So, was tun wir denn da rein? Sachen, die wir überhaupt nicht brauchen erst mal. Das hier und das. Schwarze Blume brauchen wir auch nicht. Die Ananas-Samen, die brauchen wir auf jeden Fall. Riesenmuschel. Eine große Muschel. Was mache ich damit? So, heute droppt die Rakete. Ganz sicher. Und dann weiter, Estella. Hallo, Rocco. Ja. Also ein schönes Wochenende euch. Schön, dass ihr es hierher geschafft habt. Ja. Und mir sinnloserweise beim... Aber es ist auch ein bisschen sinnlos, oder? Dass ich das hier einfach alles aufs Boot schmeißen und dann wieder aufheben kann. Planke, Planke. Garte... Ach, guck mal. Könnte ich essen. Gott, der Hering aufnehmen, platzieren. So. Aufheben. So, will ich jetzt da unten noch was... Kann man den Hai töten? Kann ich diesen Hai töten? Geht das? Ist das möglich? Wieso geht das jetzt nicht an? Aha. Ja, kommt aber wieder. Müssten 20 Mal stechend sein. Ja, dann hast du erst mal einige Minuten Ruhe. Okay. Ich hab den ja jetzt bestimmt neun Mal gestochen oder so. Bild das zusammen, oder ist das jedes Mal von vorne? Na. Eins. Zwei. Zwei. Der ist hier gerade durch den Stein geschwommen Alles zusammen Okay Aber es ist doch schön hier auf unserer kleinen Insel, oder? Bis zum nächsten Mal